Pflanzung von Bambus Bambus kann vom Frühjahr bis in den Herbst gepflanzt werden. Diese Pflanze fühlt sich in einem normalen und humosen Gartenboden wohl. Heben Sie ein ausreichend grosses Pflanzloch aus und lockern Sie den Untergrund. Die feine Erde schaufelt man auf die eine, die gröbere auf die andere Seite. Der Bambus benötigt eine Rhizomsperre, damit er sich nicht ungebremst ausbreitet. Die Ausnahme bilden hier die horsebildenden Phagesia. Schrauben Sie die Rhizomsperre gemäss der Anleitung zusammen. Achten Sie darauf, dass keine Ritzen bleiben, wo später die Wurzeln durchbrechen könnten. Füllen Sie nun die feine Erde in die Mitte der Rhizomsperre. Die gröbere Erde wird aussen aufgefüllt. Die Rhizomsperre sollte ca. 10 cm über dem Boden herausragen. Gießen Sie nun den Bambus reichlich. Die Wurzeln werden mit einer Gartenkralle aufgerissen, damit sie besser anwachsen können. Die Pflanze wird nun in die Mitte der Rhizomsperre platziert. Geben Sie noch etwas Hornspäne in das Pflanzloch. Jetzt wird das Pflanzloch aufgefüllt. Die Erde wird rundherum leicht festgetreten. Zum Schluss wird der Bambus reichlich gegossen, damit die Erde den Wurzelballen gut umschliesst. Bei grossen Bambuspflanzen empfiehlt es sich, diese festzubinden. Binden Sie den Bambus nicht zu eng an, damit die Äste nicht verletzt werden. Unser Tipp, auch als Sichtschutz ist der Bambus gut geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017